Hallo, ich bin FinanzFabio und wir reden über Geld und zwar heute endlich wieder mal mit René Wetschmann. René, schön bist du da. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Und bevor wir starten, noch Administratives. Ich habe eigentlich gar nicht so viel, ausser das Wichtigste vom Ganzen. Wenn euch die Podcast-Episode etwas bringt, schickt es doch an zwei Kollegen, an zwei Kolleginnen, damit der FinanzFabio Podcast exponentiell wachsen kann. Und was mich mega interessieren würde, ist, wenn ihr mal Feedback habt für mich, schickt mir doch das Feedback via Instagram, via E-Mail, via WhatsApp, was auch immer. Findet ihr alles auf der Webseite, ich kann es unten verlinken. Aber es würde mich einfach mal Wunder geben. Rückmeldung von euch. Was könnte ich besser machen, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, ich möchte den besten Podcast von der Schweiz haben, den besten Podcast-Moderator werden von der Schweiz. Das heisst, ich brauche Feedback von euch, was ich verbessern kann. Yes, that's it eigentlich. Und jetzt renne ich zu dir. Willst du dich selber kurz vorstellen, weil ich fand, du bist schon zweimal im Podcast gewesen mit einem mega, mega wichtigen Thema. Und wir haben mittlerweile den Zenith erreicht, von so vielen Folgen, dass die Leute nicht mehr ganz unten anfangen. Was ich euch zwar immer noch würde empfehlen, gell? Aber die, die nicht mehr ganz unten anfangen, dass sie jetzt noch einmal hören, wie wichtig ist der Vorsorgeauftrag und was du genau machst. Und dann reden wir noch einmal über das Thema. Weil, es gibt tatsächlich Leute, die haben Folge 1 mit dir gelost, Folge 2 mit dir gelost. Und anscheinend alle guten Dinge sind drei, dass sie es endlich auch umsetzen. Jetzt, das dritte Mal. Sehr gut. Also danke Fabio, dass ich da dabei sein darf. Mein Name ist René Betschmann, Mitinhaber der Firma Vobox AG, mittlerweile mit zwölf Leuten in der ganzen Deutschschweiz mit Agenturen vertreten. Unsere Anliegen sind vor allem die juristischen Dienstleistungen auch für den Mittelstand und für die KMUs anzubieten. Heute auch mit dem Schwerpunkt eigentlich Vorsorgeauftrag. Wenn du richtig sagst, leider immer noch viel zu wenig Leute das Ganze umsetzen und sich eigentlich vor staatlichen Eingriffen durch einen Vorsorgeauftrag schützen. Also viel zu wenig Leute. Nicht, dass du ein geschäftliches Problem hast. Nein, absolut. Du kommst eigentlich überhaupt nicht mehr nachher, gell? Absolut nicht. Aber so auf die grosse Massen verteilt von der Schweiz, von der Deutschschweiz, müssen wir sagen, hey, macht bitte, weil es ist wirklich mega wichtig. Und es ist jetzt halb vier am 25. April und vor einer halben Stunde sind wir noch bei mir oben in der Wohnung gewesen und haben Vorsorgeauftrag aufgenommen für mich und meine Frau. Ich weiß, es hat sich auch wieder ein paar Sachen geändert. Hast du aber welche Brauche, bis du umsetzen bist, gell? Nein, ich habe ja einen gehabt. Also das Problem ist einfach, bei mir haben sich wieder so viele Sachen geändert, mit einem normalen Kind, und Investitionen, die wieder grösser geworden sind, wo ich muss sagen, hey, also jetzt ist mir selber nicht mehr wohl, jetzt brauche ich dich als Profi. Ähm, auch da als Aufruf. Auch wenn du mal einen gemacht hast, lass mal einen überprüfen, einen Vorsorgeauftrag. Aufwildung, ja. Entweder ist es notariell beurkundet oder vorhanden geschrieben. Ähm, wir empfehlen, den noch vorhanden zu schreiben. Ich gehe aber jetzt da auch weniger gerade auf Detail ein. Ähm, mit dem bestimmen wir einen Beauftragten, der im Fall von einer Urteilsunfähigkeit, äh, eigentlich für euch schaut, die Personensorge übernimmt, auch Vermögenssorge, Vertretung im Rechtsverkehr. Ich könnte schnell Urteilsunfähigkeit ausdeutschen, damit die Leute wissen, was das ist. Okay, also die Urteilsunfähigkeit betrifft erstens viel mehr Leute, als man meint. Es ist beinahe jeder Fünfte im Laufe des Lebens, äh, ist mit dieser Thematik konfrontiert. Äh, die Urteilsunfähigkeit, äh, als bildlich gesprochen, ist man, wenn jemand im Komma liegt, ist er urteilsunfähig. Aber rein vom Rechtlichen her, wer die Urteilsunfähigkeit sind, sind Anwälte, Notar und Polizei sind von Amtes wegen verpflichtet, Verhaltensauffälligkeiten, den KESP zu melden. Und, äh, der vierte Teil sind eine Gefährdungsmeldung, ein dritterer, der leider über Corona zugenommen hat. Also, wenn du mich jetzt nicht mehr ausstehen möchtest, gehst zu den KESP und sagst, also der Bettschmann ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, äh, schaut da einmal, muss die KESP eine Untersuchung an eine Gegemei einleiten, ob ich urteilsfähig bin oder nicht. Das ist eigentlich schon krass, das kann jeder über jeden machen, oder? Ja, und teilweise auch in Kantonen, wo man es so gerne anonym machen kann. Ja. Also einfach, wenn du keine Lust hast auf deine Nachbarn, oder jetzt hast du mal KESP auf den Haus, finde ich, das ist schon nicht schlecht. Also, eine, eine Geschichte, die ich ja da schon immer erlebt habe, ist, äh, mit einer von unseren ersten Kundinnen, wo, äh, ja, äh, eine ältere, würde ich sagen, ziemlich ein bisschen bissige Frau. Ja, Ohr auf den Te. Ja, ziemlich. Äh, und die hat in einem Mehrfamiliehaus in Zürich gewohnt, und die hat Streit gehabt mit ihrer Nachbarin. Sie fragen dann auch immer, wieso haben Frauen Streit in einem Mehrfamiliehaus? Wegen dem Waschen? Ja, bravo. Diese Frage kann immer jeder beantworten. Wegen dem Waschen. Und die Nachbarn ist wirklich, den Streit hat, und die Nachbarn ist wirklich eine Gefährdungsmeldung bei der KESP gemacht, und ist eine Untersuchung eingeleitet worden. Einfach zum ein wenig foppen? Ja. Und wenn es gut geheimt hätte, genau dann, wenn die anderen den Westplan gehabt hätten. Ja, genau, genau. So gut. Okay. Und... Kannst du in die Details gehen, was wir mit dem Vorsorgeauftrag regeln, und vielleicht immer eine passende Story, weil du weisst, am Beispiel lernen wir immer am besten, oder? Also, mit dem Vorsorgeauftrag regle ich eigentlich erstens einmal Personensorge. Mhm. Das hat alles damit zu tun, was allfällig Pflegeheime, Altersheime anbelangt. Das hat auch mit dem sozialen Leben zu tun. Die Vermögenssorge regle ich dort. Das ist eigentlich schon der Name. Das ist die Vermögensverwaltung. Das ist auch der ganze Zahlungsverkehr. Gerade wer zum Beispiel, wo bei dir ja immer wieder angesprochen wird, auch die ganzen Bitcoin-Geschichten. Wer solche Anlagen hat, tut gut daran, Vorsorgeauftrag zu machen. Gut, weisst du, da muss ich ganz ehrlich sagen, um meine Bitcoin mache ich mir am wenigsten Sorgen, weil, solange die den Schlüssel nicht haben, können sie das Zeug auch nicht verkaufen, oder? Also, da muss ich wirklich sagen, die sind relativ safe. Und was ich mir wirklich Sorgen mache, sind Aktien. Ja. Aktien und ETF, dass die verkauft werden würden, oder? Gut, ich glaube, da würde ich gerade aus dem Koma wieder aufwachen, oder? Also, weisst du, von dem her wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das andere ist, ähm, Immobilien, oder? Weisst du, leider nicht genau, was passiert, oder? Weil, jetzt sage ich jetzt mal, meine Wohnung, oder? Die gehört mir allein gehen, oder? Ich möchte natürlich schon sicherstellen, dass da meine Frau und meine Kinder dort drinnen bleiben können, wenn ich mal nicht darüber entscheiden könnte, oder? Dass der Cashprint einfach sagt, hey, die wird jetzt verkauft, oder? Also, gerade einmal vielleicht zu den Aktien und, äh, den Wertpapieren, die du hast. Mit dem Bitcoin hast du vielleicht recht, wenn sie den Schlüssel nicht haben, das verhebt. Aber grundsätzlich muss man einfach davon ausgehen, wenn jemand urteilsumfähig ist, und mit einem Vorsorgeauftrag nicht geregelt hat, wer auf ihn schauen soll, werden die ganzen Wertpapiere verkauft. Also, da sind ganz klar Verordnungen da. Ganz einfach gesagt, darf Cashprint eine Liquidität halten und muss staatliche Anleihen. Jetzt muss ich schnell noch eine Frage. Das ist geregelt so? Also, das ist wirklich, wenn A dann B, wenn Aktien dann vertäuft? Ja, das ist geregelt. Die dürfen auch maximal 25% Aktien erhalten. Äh, die Verordnungen, ich kann sie gerne auch einmal dir geben, dass das gesehen ist. Äh, das ist also viel restriktiver, auch da, als das Pensionskassengut hat. Also nicht, dass ich das nicht glaube, es ist nur so, dass sie in jedem Fall die Konsequenz wirklich zeigt, tschau, tschüss, verkauf ich jetzt. Definitiv. Was da nicht irgendwie geschaut, weisst du, vielleicht wäre ja meine Frau professionelle Wertschriftenhändlerin und würde rauskommen. Aber schau, jetzt muss ich doch da auch, ich meine, alles, was wir da auch sagen, das möchte ich vielleicht auch noch betonen, ist kein Kisp-Bashing, das wir machen. Also, Kisp hat absolut auch... Ist es mir auch ganz wichtig, ganz wichtig, ja. Die würden auch in 99% von den Fällen einen super Job machen. Wie bei allem erfährst du in den Medien nur von dem einen Prozent, der nicht gut läuft. Und das prägt sich halt in den Köpfen ein von allen. Ja. Zu viel, dass man sich der Verantwortung nicht selbst stellt. Ich meine, du musst ja nur einen Vorsorgeauftrag aufsetzen, am Ende des Tages, oder? Ja, es wäre ja einfach, aber eben, vielleicht nochmals zu den Anlagen. Also, du musst natürlich schon sehen, jetzt haltet der Kisp, man muss auf jemanden schauen, wenn eben kein Vorsorgeauftrag rum ist, jetzt haltet Kisp-Aktien. Vielleicht noch CS-Aktien. Gut, das Problem löst sich von allein. Das löst sich jetzt von allein, sonst hätte sich auch aus Vermögen in Luft aufgelöst. Das ist ja so. Aber stell dir vor, welche Schlagzeile das im Blick gibt. Die Kisp für untreue Vermögen. Also, ich begreife das absolut, dass die so eine restriktive Haltung auch zu ihren eigenen Sicherheiten haben. Ja. Aber nochmal, für alle, die Aktien, ETFs, Wertpapiere in irgendwelcher Art haben, ihr braucht einen Vorsorgeauftrag. Ja. Sonst ist das Zeug weg, vielleicht im absoluten Höch, aber vielleicht auch zu ungünstigen Zeiten, im absoluten Tief. Und wir sind ja alle, die hier Finanzfabio Podcasts hören, also alle. Viele sind sicher auch überzeugt, wie ich, dass Bayern der richtige Weg ist. Und dann ist es fertig mit holen. Definitiv. Ja. Definitiv. Genau. Also eben, die, die Wertpapiere haben, die müssten auch nicht zwingend einen Vorsorgeauftrag haben. Du hast auch noch Immobilien angesprochen. Auch wer Immobilien hat, ist eigentlich fast zwungen dazu, einen Vorsorgeauftrag zu haben. Du hast ja gesagt, deine Immobilien lauten auf dich. Was passiert? Du bist urteilsunfähig, hast nichts geregelt. Unter Umständen werden die Immobilien verkauft. Wobei, auch da wieder, muss man klar sagen, eine Familie wird nicht aus der Familienwohnung herausgetrieben. Also das auch. Das muss man schon realistisch sehen. Also anders als bei 18 hast du dort nicht? Nein. Wenn Immobilien dann verkauft, das ist nur bei 18 dann verkauft. Es ist einfach auch dort, viele Ehepaare, die es ja im Miteigentum haben. Man muss einfach eines sehen, wenn nichts rechtlich geregelt ist mit dem Vorsorgeauftrag, kann den lebten Ehepartner oder Partnerin wieder verkaufen, vermieten, noch renovieren, ohne dass es keine Säge dazu gibt. Mhm. Also wenn man keinen Vorsorgeauftrag hat, schaut einfach der Staat. Ja. Das ist ja so. Der übernimmt deine Rolle. Du bist urteilsumfähig und der übernimmt deine Rolle. Und da kann dann deine Frau Leidenschaft nicht renovieren oder verkaufen. Ja. Ja, das ist das Problem, oder? Und, KESP wird ja auch nicht wirklich Zeit haben, um jeden Fall einzeln zu prüfen, weil es zu viele Fälle gibt und zu wenige Leute, die den Job ausüben. Also das ist ja das grosse Problem der KESP. Ich sage, die KESP ist alles andere. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Also, die KESP ist sehr hilfsbereit, vielfach arbeitet gut, aber der Kanton Zürich kann jeder auf der Seite der KESP nachschauen. Die publiziert Zahlen. Wir sind jetzt die von letztem Jahr gerade im Kopf. Vorletztes Jahr 270 Angestellte bei der KESP haben 22'000 Felsbetreuer gehabt. Also die haben schlichtweg keine Zeit, individuell auf eine Person einzugehen. Ja. Das sieht man ja auch Firmen, Firmeninhaber, die dringend auch einen Vorsorgeauftrag haben müssen. 98% aller Firmen sind im Besitz einer Person in der Schweiz. Was passiert, wenn die Person urteilsumfähig wird? Die Firma wird liquidiert. Eben, das ist das, was ich sage, oder? Irgendwann ist es für mich wichtig der Punkt, wo ich sage, ich brauche professionelle Hilfe in der ganzen Welt. Ja, Firmen habe ich ja auch noch eine oder zwei. Also weisst du, es hat sich einfach summiert, es hat sich angestellt, oder? Ist ja schön, oder? Ja, es ist schön auf eine Art, auf die andere Art. Machst du halt Gedanken, ich meine schlussendlich, das ist der Grundstein von allem, die Vermögenswerte, die ich jetzt gesetzt habe. Wenn die weg sind, wäre das nicht so cool, oder? Ich meine, du bist, glaube ich, auch als Familienvater, verpflichtet, die Verantwortung gegenüber deiner Familie wahr zu nehmen, auch die Selbstverantwortung für dich selber zu tragen. Und, äh, von mir aus gesehen, in gewissen Situationen ist es einfach fast straflich, wenn man nichts macht. Wir haben leider immer wieder Anrufe von Leuten, die uns sagen, sie können sie uns helfen in einer Woche, haben wir Christen beim Haus, sei es jetzt bei den Eltern oder, weiss ich, ich bin sonst jemandem, wenn ich sage, nein, wir können nicht mehr helfen, es ist zu spät, man muss die Dokumente, es gehören ja noch andere zum Vorsageauftrag, anstatt nur den Vorsageauftrag, die muss man einfach rechtzeitig erstellen. Ja, und vor allem auch darüber diskutieren, Ähm, wenn Sie vorhin, als du das Gespräch mit uns gemacht hast, sehr angenehm gewesen, übrigens, danke. Ehm, haben wir auch diskutiert, was ist eigentlich, die Patientenverfügung, gehört ja auch dazu, oder? Ich weiss noch, und an das mag mich sehr gut erinnern, wo ich meine Frau dazumals, also nicht mehr wie sie kennengelernt habe, sondern, wo wir das erste Mal zusammen in die Ferien sind, haben wir mal über das Thema geredet, und ich habe gesagt, hey, schau, ich bin da relativ pragmatisch, wenn ich an einer Maschine bin und eine Überlebenschance von 50%, dann stell ab, das ist ein Münzwurfer, weisst du, dann entscheidet, willst du oder willst du nicht. Ihr habt auch schon das Herz gebrochen dort, oder? Und, ähm, jetzt haben wir eben nochmal darüber geredet, ähm, gestern, bevor du gekommen bist, und haben dann, äh, müssen sie sagen, nein, also mittlerweile, eben als Vater von Kind sehe ich das völlig anders, oder? Ich hätte jetzt gerne, dass die Maschinen noch dranbleiben, und dieses und jenes. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist, wenn wir, wenn jetzt mal so fest auf den Kopf fallen, dass ich geistig nicht mehr da bin, weisst du, wenn du wirklich, wenn du wirklich nur noch Belastung wirst für alle, das will ja eigentlich niemand machen, abtue, dann könnt ihr abstellen, dann braucht es keinen. Aber, was sich zum Beispiel bei mir auch geändert hat, ist, dass ich sage, hey, falls ich einen Unfall hätte, und im Rollstuhl wäre, wäre das für mich jetzt nicht mehr so der Weltuntergang wie noch vor zehn Jahren, weil, mit der Weile brauche ich auch meinen Kopf mehr als meinen Körper, also von dem her, wäre das so der Moment, in dem ich würde sagen, mal auch da, weisst du, es geht weiter, aber das musst du alles regeln. Ja, und es ist auch, wie du da gut erwähnt hast, es ist auch immer ein Prozess, also eine Patientenverfügung. Wer eine hat, und die ist älter als zwei Jahre, bitte, den soll die auch erneuern. Genau, du machst das aktiv mit deinen Kunden? Wir machen das aktiv. Du kannst ja bei uns auch alle Dokumente aufbewahren. Es wird immer alles so vorbereitet für euch, dass immer alles rechtsgültig und rechtssicher ist. Patientenverfügung alle zwei Jahre neu. Wir sehen ja dort auch den Wandel der Leute. Also, das, was du jetzt erlebst, sehen wir viele, wo gerade junge Leute sagen, ja, wenn ich dann irgendwo urteilsumfähig im Spital liegen will, dann will ich nicht mehr länger keine lebensanhaltenden Massnahmen. Dann kommt man dann der Familie rüber und sieht, okay, man muss jetzt doch auch etwas anders schauen, und so weiter. Lustig ist auch, was wir feststellen bei uns mit den lebensanhaltenden Massnahmen, dass je älter die Leute werden, desto mehr hängt es am Leben und wollen auch lebensanhaltende Massnahmen haben. Ja. Aber auch junge Leute überlegen einfach. Also, wir haben ja bei unseren Patienten die lebensanhaltenden Massnahmen jetzt auch in zwei Stufen eingerichtet. Also, wenn der Krankenwagen kommt, gibt es immer Reanimation. Aber nachher bist du im Spital, willst du lebensanhaltende Massnahmen oder nicht? Da gehört zum Beispiel ganz wichtig, über Corona ja bekannt wurde die Beatmungsgeräte dazu. Wer keine lebensanhaltende Massnahmen will, wird auch nicht an Beatmungsgeräte angeschlossen. Dann sind wir in der zweiten Stufe, du bist immer noch im Spital. Die Wahrscheinlichkeit, dass du urteilsfähig wärst oder wieder wärst, ist sehr klein. Ja. Würdest du dann lebenserhaltende Massnahmen oder nicht? Ja. Also, da haben wir so in zwei Stufen unterteilt. Und wir merken wirklich, wie die Leute da teilweise mit dem Alter und mit der persönlichen Entwicklung Änderungen vornehmen. Und da würde ich auch gerade jüngere Leute sagen, überlegt wirklich. Du hörst ja auch gerne Geschichten. Geschichten. Ich gehöre sie nicht gerne. Ja. Aber es tut es halt einfach wirklich untermauern, dass wir da nicht von einer Theorie reden, sondern dass es echte Fälle gibt. Also es ist auch keine Geschichte, es ist ein echter Fall. Eben so. Es ist eine jüngere Frau, die keine lebensanhaltende Massnahmen hätte wollen, Mitte 30. Die ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, Leberkrankheit, Leberzirrhose, aber keine Alkoholikerin. Also das möchte ich auch betonen. Die hätte keine lebenserhaltende Massnahmen wollen. Mhm. Aber das hätte dann im Umkehrschluss auch geheissen, sie hätte neue Leber gebraucht. Also sie hätte ja auch keine neue Leber bekommen. Ja. Und die Ärzte haben das eigentlich dann gemerkt, kurz vor der Operation, so spitz gesagt. Und wir haben ja fast auf dem Mopedtisch noch mit unserer Kundin die Patientenverfügung abgeändert. Okay. Und da muss man sich einfach bewusst sein, auch wer keine lebenserhaltende Massnahmen möchte. Gesagt ist es schnell. Ja. Aber was das wirklich bedeutet. Aber überlegen einfach, was das auch bedeutet. Ja. Ich habe das Gefühl, weisst du, bei den Jungen ist es halt eher, es passiert mir eh nichts. Und umso älter als du wärst und dann merkst du, ja, ein, zwei Schulkollegen sind schon nicht mehr da, weisst du, von an und an an oder wirst du dir im Leben so bewusst, oder was es eigentlich bedeutet. Oder hast du für dich im familiären Umfeld oder hast du mal eine Krebsdiagnose und plötzlich fährst du so anders an, zu schauen. Und dann fährst du dich an, um solche Dinge zu kümmern. Aber, eben, das kann jedem passieren. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, es hat nichts damit zu tun, wie fit du bist. Du kannst, blöd gesagt, in der Dusche ausrutschen und den Kopf anschlagen und du bist genau in diesen Thematiken drin, oder? Also, es ist natürlich so, dass, das siehst du vollkommen richtig, aber es ist eigentlich so, dass die Urteilsumfähigkeit ein kleiner Teil über den Unfall passiert. Also, da sie durch die Dusche ausrutschen, das ist ein kleiner Teil. Aber die Unfall gibt es eh weniger als Krankheiten, Das wissen wir schon. Das ist aus der Vorsorge, oder? Ja, genau. Aber es ist natürlich schon so, dass Urteilsumfähigkeit kein Altersthema ist. Ja. Also, bei uns, wir haben doch unterdessen ein paar Kunden, und das Durchschnittsalter, das einen Vorsorgeauftrag benötigt wird, sind wir bei 47. Und rein so statistisch gesehen, betrifft es 20- bis 60-Jährige, gerade so wie 60 aufwärts. Ja. 20- bis 60-Jährige ist einfach ein Thema, das sind vor allem psychische Erkrankungen, die massiv am Zunehmen sind leider. Und bei den Älteren, äh, ist es die Altersdemenz dann. Es ist gerade eine spontane Frage, wo mir eingefällt, hast du während Corona mehr solche Geschichten gemerkt? Kann ich nicht sagen, dass wir mehr Geschichten gemerkt haben. Wenn ich einfach die Statistiken anschauen, äh, hat es einige Fälle mehr gegeben, vor allem das Thema Gefährdungsmeldungen, wo mehr gekommen ist. Äh, sag ich jetzt da, Denunziantentum, wenn er böse gesagt, kann ich nicht. Äh, aber dass es sonst mehr gekommen ist. Wenn ich aber mit Leuten rede, äh, in Oberwil, mit der Psychiatrie zum Beispiel, wo die von uns, von der Zentralschweiz, aber die Leute herkommen, die sind seit Corona massiv, äh, am Anschlagen. Ja. Und mir hat letztens jemand gesagt, wo sie, äh, sie hätten, ihre Tochter, notfallmässig, äh, Psychiatrie in Oberwil bringen. Und sie hätten in einen anderen Kanton ausweichen müssen, weil es keinen Platz hatte dort. Ja. Eben, und auch dort, bräuchte ich echte Dokumente, oder? Also wäre gut, wenn die schon hätte, bevor so ein Fall eintrifft, oder? Ist gut, also da muss man einfach sagen, psychische Erkrankungen heisst nicht gleich Urteilsumfähig, aber es kann dazu führen, oder? Das Burn-out, wegen dem ist noch nicht Urteilsumfähig, man muss auch ein bisschen mehr dahinter sein. Aber es kann dazu führen. Definitiv. Ja. Ich meine auch, die Urteilsumfähigkeit, wo stellt man die fest, wo ist die Grenze? Das ist ja auch von einer Behörde, bei KESB, schwieriger. Demenzkranken, Person, wo ist da die Grenze? Wegen Demenzen, auch Demenzen erkrankt ist, ist er nicht gerade Urteilsumfähig, aber wo ist die Grenze? Das ist unheimlich schwierig, zu festzulegen. Genau. Und, eben, nochmal zum klarstellen, da geht es nicht um einen Todesfall, Weil das haben wir ja auch schon viele, oder? Weisst du, dass Leute sagen, ich habe einen Erdvertrag, ich habe ein Testament, weiss ich nicht was. Das hat überhaupt rein gar nichts mit dem zu tun. Aber was eher so ein bisschen auch in die Richtung geht, ist, und das war ja auch das Thema, das wir heute besprochen haben, Sorgerechtsverfügung für Kinder, oder über Kinder, wie sagst du das genau? Für Kinder, ja. Woher kommen Kinder, wenn Eltern etwas passiert? Oder? Ja. Und für mich war es eigentlich, ja du, ich habe mal einen Götti und einen Gotten ausgewählt gehabt, für mich ist die Sache eigentlich geregelt, dem ist es nicht so. Also Götti und Gotten hat keine rechtliche Bewandtnis mehr, das kann man da nicht davon ausgehen, dass die Kinder dort hingehen. Sorgerechtsverfügung, ich erlebe das immer wieder, wenn ich das mit jungen Eltern anschauen darf, da haben wir schon Vetteren erlebt, das habe ich vorher ja auch erwähnt, die am Tisch waren und berühlt haben, diese Vorstellung, die Sorgerechtsverfügung, braucht man ja dann, wenn beide Eltern vor allem jetzt dort versterben, oder, ja, beide urteilsunfähig wären, aber eher, dort geht es wirklich eher um das Thema Versterben. und da äussern die Eltern eigentlich den Wunsch, ich komme nachher noch darauf, warum es ein Wunsch ist, den Wunsch äussern, woher ihre Kinder kämen, wenn beide Eltern nicht mehr rum wären. Ich möchte auch jetzt niemandem Angst machen, bitte, das ist im einstelligen, tiefen Promillebereich, dass das stattfindet, wir haben es leider schon erlebt, dass viele Eltern auch beruhigt sind, wenn sie das wissen. Und wieso sage ich einen Wunsch äussern? Bei den Kindern entscheiden immer die Kinder, wo die Kinder hin kommen. Ja. Und wir haben jetzt einfach leider in der Praxis festgestellt, dass ein Ehepaar uns das abgegeben hat und sind leider Sorgerechtsverfügung abgegeben und sind leider einen Monat später verunfallt, tödlich verunfallt. Und die Kesp, das ist, soviel ich weiss, ist das an die Schwester von früher gegangen, diese Kinder. Es waren zwei Kinder im Alter von drei und fünfen. Und diese Kinder sind dann auch gerade zu der Schwester gekommen und sind heute auch fest jetzt dort. Wenn die Kesp nichts weiss, wohin das Kind kommt, nimmt die Kesp die Kinder raus, meistens aus ihrem Umfeld raus und tut seine Pflegefamilie und dann schaut, ob sie das neu mit fix platzieren in der Verwandtschaft. Das war ja auch das Thema, das wir nachher gesagt haben, wo du mir gesagt hast, wir haben es so gut in der Familie und alles. Bei uns wäre das sowieso keine Diskussion. und ich sage ja auch in jedem Ja, darf dankbar sein, dass ihr es so gut habt, weil es ist leider eher eine Seltenheit. Ja, ich weiss noch, in der zweiten Podcast-Folge, wo du mir das erzählt hast, ich habe das ganz ehrlich nicht gewusst gehabt, dort ist mir ja so der Laden runter, wo ich dachte, hey, das ist für mich eine unmögliche Vorstellung, dass mein Kind in einer fremden Familie ist. Ich bin 100% überzeugt, wenn ein Kind in einer Pflegefamilie kommt, dass das gute Familien sind, wo man weiss, es ist gut aufgehoben, es bekommt genug zu essen, es ist geheizt, es wird gebadet und gemacht. Und da, es wird sicher super geschaut, aber trotzdem, hey, Eltern sind nicht mehr da, dann noch fremde Leute, also das ist da, wo mir eigentlich das Herz bricht an dieser Stelle, Definitiv, die Kinder während dem Trauma, wo sie erleben, dass die Eltern nicht mehr da sind, dann auch noch aus einem Umfeld rausgerissen, aus einem eigenen, oder? Ja, wegen dem bin ich wirklich froh, haben wir das heute umgesetzt, also umgesetzt, dass wir das jetzt in den Weg geleitet haben, dass es gut kommt und dass wir wenigstens den Wunsch äußern können bei den Käsb. ähm, wo wir sie gerne versorgt hätten. Eben, und ich sage dem Wunsch kommt die Käsb in der Regel auch nach, wenn es nicht gerade 90-jährige Grosseltern zum Beispiel sind. Ja, vielleicht an der Stelle, wie wir das jetzt angegangen sind, ich und meine Frau haben darüber geredet, wo sehen wir es am ehesten, wo macht es am meisten Sinn, die ganze, und wir sind natürlich auf die Leute aktiv zugegangen, und gesagt, hey, ähm, wir hätten gerne, dass unsere Kinder zu euch kommen, oder? Wir haben mit beiden geredet, und haben gesagt, schau, wir müssen nicht jetzt ja sagen, ähm, in zehn Tagen haben wir den Termin, tun es euch überlegen, gebt uns denen eine Antwort, weil das ist eine riesige Verantwortung, oder? Definitiv. Ich würde auch sagen, du musst mal überlegen, jetzt, in dem Moment, haben sie noch keine Kinder, aber stell dir vor, also, wir hoffen ja nicht, dass es heute morgen passiert, oder dass es überhaupt passiert, aber stell dir vor, in sieben bis 15 Jahren passiert so etwas, und dann haben sie selber schon zwei bis drei Kinder, und dann kommen noch mal zwei Kinder, oder? Das habe ich auch angesprochen gehabt. Könntet ihr es auch handeln, wenn ihr selber schon Kinder habt, oder wie würdet ihr das machen, oder? Ähm, es kann ja auch finanzielle Belastung werden, weisst du, wenn du plötzlich zwei Kinder mehr hast, da kann ich sagen, zum Glück, gut, das haben wir, glaube ich, schon ausgesorgt, dass das kein Problem wäre, bis die Kinder auf eigenen Füssen sind, aber es sind alles so Sachen, die du musst besprechen mit den Leuten, also es ist nicht einfach so, ja, ja, ich mache dann das, oder? Nein, es ist eine Verantwortung, die die Leute übernehmen, und es ist, das sagen wir auch in jedem Gespräch, diskutieren das, also, gerade die Sorgenrechtsverfügung, wenn wir das ansprechen, ist den meisten Leuten, äh, gar nicht bewusst, wer sie nehmen wollen, und, und ich sage immer, bevor wir ihr jetzt einen Namen sagen, müsst ihr mit diesen Leuten diskutieren, das nützt ja dann sonst nichts, ich meine, das gleiche ist auch beim Vorsorgeauftrag, als bei Aufträten, also, da gibt es ja auch, nicht nur verheiratete Leute, die um Vorsorgeauftrag machen, sondern auch andere, und da haben wir auch bei uns, in der Firma am Fall, wo, wo ein älterer Herr, sein Onkel eingesetzt, äh, oder ein älterer Herr, hat sein Neffe eingesetzt, Entschuldigung, äh, als Beauftragter, oder, und der Herr ist wirklich urteilsunfähig geworden, Vorsorgeauftrag ist der KESP eingereicht worden, und der KESP geht ja die Beauftragte ja auch fragen, willst du das Amt übernehmen? Ja. Und der Neffe hat Nein gesagt. Ja. Da habe ich dann den Neffe gefragt, äh, ich habe ihn angerufen, wieso sagen sie Nein? Sie, ich habe meinen Onkel seit 30 Jahren schon nicht mehr gesehen, ich kenne ja den gar nicht. Ja. Also er weiss genau so wenig Bescheid über seinen Onkel wie die KESP, oder? Ja genau, und, und das ist auch das, ich meine, das können wir als Firma ja nicht wissen, wenn sie dann nicht darüber geredet haben, aber das ist das, wenn ich sage, ein Beauftragter muss auch bereit sein, das Amt wollen übernehmen. Ja. Ja. Eben, ich finde, solche Gespräche sind mega wichtig, oder? Ich meine bei uns dann auch, hey, was machst du mit den, Aktien, oder, was machst du mit, mit der Lebensversicherung, die dann ausgezahlt wird? Spoiler, es wird alles investiert, und von den Dividenden werden die Kinder finanziert. Aber, einfach, dass du so redest über die ganzen Sachen, oder, ich finde es ein mega wichtiges Thema, oder? Und ich muss auch sagen, seit wir zwei so viel Kontakt miteinander haben, und, ich habe schon immer gesagt, als Finanzplaner, du hafst nicht so viel, aber, du kannst hafbar gemacht werden, im Sinne von, hey, der hat mich so von Vorsorgeauftrag angesprochen, jetzt habe ich Cash beim Haus. Ähm, ich glaube, früher, wo man es zwar angesprochen hat, ist es so gewesen, mach, und ich merke, ich bin dann sehr schnell unangenehm geworden, im Sinne von, haben das schon umgesetzt, haben das schon umgesetzt, und heute bin ich einfach so weit, dass ich sage, hey, schaut, um das geht es, es ist mega wichtig, wir machen es mit einem Profi, und das bin in diesem Fall wirklich nicht mehr ich, ich muss euch einfach ansprechen, aber hey, geht zum René. Also, wir dürfen ja sehr erfolgreich miteinander zusammenarbeiten, es macht auch riesen Spass, und, und ich sage immer wieder, die Qualität von einem Berater, von einem Finanzplaner, sieht man auch dort, wenn er auch artfremde Sachen anspricht, und nicht noch Produkte verkaufen will. Gut, das mache ich sowieso nicht, aber, ich glaube, es geht auch darum, dass du deine eigenen Grenzen erkennst, Erstens, deine eigenen Grenzen erkennen, das ist ja so, weil, ich war ja ursprünglich auch Finanzplaner mal gewesen, ich beschäftige mich nur noch mit den juristischen Dienstleistungen, man muss einfach die Grenzen kennen, und auch sich dort die Stärken weiter ausarbeiten, aber es ist einfach gerade für einen Finanzplaner, oder für jemanden, der einfach auch wirklich eine finanzielle Vorsorge mit den Leuten trifft, glaube ich, sollte es eine Pflicht sein, wenigstens die Leute darauf anzusprechen. Dementsprechend auch für die Treuhänder, also die Leute, die die finanzielle Situation mit ihren Kunden anschauen, sollten auch wirklich diesen Schritt machen, hey, die ganze finanzielle Vorsorge nützt euch nichts, wenn ihr die rechtliche Vorsorge vergessen habt. Absolut. Ich meine, da geht ja noch weiter, weißt du, dann haben wir noch Testament, Ehevertrag, Erdvertrag, all die Themen, wo ich auch sagen kann, ich kann es ansprechen, ich kann es erklären, aber hey, umsetzen musst du es nicht mit mir wollen, ich bin kein Notar. Ja, das ist es. Also das ist ja auch bei uns, wir haben ja das Netzwerk auch mit dem, mit unserem Notar, wo wir zusammen arbeiten, der war ja auch schon Gast bei dir im Podcast. Ein grösser Patrik Hildbrunner an dieser Stelle, gell? Er ist jetzt übrigens in den Ferien, wünscht er schöne Ferien. Das sage auch ich, ich glaube, ich verstehe auch vom Erbrecht relativ viel, aber wenn das weitergeht, gebe ich es auch gerne, einem Spezialisten weiter. Absolut. Das gehört einfach dazu in meinen Augen. Es gehört dazu, dass jeder Berater seine eigenen Grenzen kennt und trotzdem der Kunde in seiner Gesamtheit wahrnimmt und auch beratet. Was ich auch mehr darauf eingehe, ist die ganzen Kontensysteme. Weisst du, wo ich sage, ich bin ja der, der mega gerne Konten automatisiert wird, weisst du, Touraufträge, Lastschiffverfahren, bezahlen dich zuerst. Aber auch bei Pärchen, wo ich sage, hey, ich finde es mega wichtig, dass jeder von euch ein Eignungskonto hat auf seinen Namen und dort auch Geld getroffen hat für mindestens drei Millionen Fixkosten, falls etwas passiert wegen der Erbteilung, oder? Mit was hat das zu tun, dass die Vollmacht dann nicht verheben oder im Todesfall? Also, es ist nicht nur im Todesfall, es ist auch bei Urteilsunfähigkeit, muss man davon ausgehen, dass die Vollmachten eigentlich heute assistiert werden und die Konten gesperrt, bis die entsprechenden amtlichen Dokumente vorliegen. Heute ist eine Definition, die die Banken heute von einer Vollmacht haben, eine folgende. Eine Vollmacht ist gültig, solange der Vollmachtgeber urteilsfähig ist, also heisst auch noch lebt und urteilsfähig ist und die Bevollmächtigung überprüfen kann. In anderen Fällen muss man einfach davon ausgehen, dass die Konten gesperrt werden und mit Vollmachten nicht filmen können, muss man sich einfach bewusst sein. Ich kann auch nicht sagen, welche Bank macht es wie. Früher habe ich einmal gesagt, die Grossbanken mässiger, jetzt kann man sagen, die EU-BS mässiger. Unpersönlicher Bankbeziehung ist, desto schneller wird das Konto gesperrt. Je städtischer das Ganze ist, desto schneller geht es. Bei uns auf dem Landhaus ist es eher so, dass einmal Bankenmarktkarten eingezogen werden, die E-Banking wird gesperrt, aber man kann einen Schalter Geld holen und Rechnungen abgeben, das wird erledigt. Das macht jede Bank etwas, was ich möchte. Wir haben bei der gleichen Bank schon erlebt, dass die Filiale A Schliesskonti und die Filiale B auch von Unterkonten, die aus dem Ganzen nicht ausgenommen sind, offen lassen. Das Einfachste ist der Tipp, den du deinen Kunden gibst, jeder soll ein Konto mit Geld drauf haben, das noch 2-3 Monate darüber verfügen kann. Das Geld ist ja nicht verloren, es geht einfach darum, bis die Erbteilung gemacht ist. Ganz klar. Und je nachdem kann das auch länger dauern, je nachdem wie komplex das ist und warum man nur mit Geld zusammenkratzen und weiss ich nicht was. Bei der letzten Willensvollstreckung, die ich machen durfte, ist eine einfache Sache eine gewesen. Es waren zwei Personen, die geerbt haben. Keine Diskussionen, keine Streiterei, wir haben sieben Monate auf den Erbski gewartet. Nein. Okay. Also, wir wären eigentlich schon lange so weit gewesen, aber es sind sieben Monate gegangen, bis der Erbski da war. Also meinst du, muss ich meine Empfehlung von 300 Fixkosten ein bisschen nach oben schrauben, dass das nicht mehr reicht? Das ist jetzt einfach im Erbski. und ja, aber dort haben Gott sei Dank die Leute auch die Kunden gehabt und haben weiterleben können. Ja, es hängt halt da auch von externen Einflüssen ab, wo man weniger steuern kann. Ja, okay. Was würdest du allgemein zu dieser ganzen Thematik den Leuten noch für einen Tipp mit auf den Weg geben? Ja, also das Wichtigste ist, schauen sie einfach einmal an, wegen unserer Dienstleistung so die juristischen Dienstleistungen, die rechtliche Vorsorge, wenn ich sage, braucht eine jeder. Und, schauen sie einfach einmal an, wegen, wir haben natürlich einfach eine Thematik, bei der die Leute nicht gerne darüber reden. Und hey, machen sie einfach einmal, rufen uns an für ein unverbindliches Gespräch, rufen anderen Experten an, machen sie bitte mit den Experten, dass es richtig ist, äh, und reden über diese Sachen, es tut nicht weh. Ja. Es tut nicht weh, aber es beruhigt, und ihr übernehmt wirklich Verantwortung für eure Familie und für euch selber, wenn ihr das erledigt habt. Ja. Absolut. Du hast noch, Geschichte erzählt gehabt. Feliotis geht jetzt wieder raus. Ich weiss es gerade wieder nicht mehr. Ah. Nein, warte, jetzt hänge ich gerade. Ich weiss es nicht mehr. da kommt mir gerade nicht mehr hin. Aber, ja, es gibt so viele Geschichten und Themen zu dem, was du hier noch erzählen kannst, wäre eigentlich eine Podcast-Folge für sich, oder? Ja, da könnten wir stundenlang miteinander reden. Also, ich meine, mittlerweile sind wir elf, elf Jahre dran, haben ein paar tausend Beratungen gemacht. Die Geschichten kommen ja meistens daraus aus dem daraus heraus, dass die Leute zu uns kommen, weil sie es eben nicht geregelt haben und dann schon die Sport ist. Eigentlich eher dann vielfach traurige Geschichten. Leute, die schon an Informationserbung waren, haben wir ja auch in Lenzburg weinen dürfen machen. Das war geil. Ja, es ist auch gut angekommen, wir hatten gutes Feedback dort. und Leute, die nach zwei Jahren zu mir kommen und sagen, Herr Batschmann, was ich erzählte, habe ich ihnen gerne nicht geglaubt. Jetzt ist aber genau meiner Schwester das passiert. Ja. Also, ja, das ist halt, wir erleben wirklich viele Sachen und ich muss sagen, Himmel, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, hätte man es vorher geregelt. Also, eines vom Schlimmsten, ich weiss nicht, ob ich das auch schon in einem Podcast bei dir erzähle, eines vom Schlimmsten, was ich erlebt habe, ist von einem, gut, Anfangs 40 ist der Herr gewesen, hat vor ein paar Jahren zwei oder drei Suizidversuche gehabt, ist in eine Klinik eingewiesen worden, man hat Schizophrenie diagnostiziert, ist Urteilsumfälle erklärt worden, was ist passiert, er hatte einen Handwerksbetrieb mit zwölf Leuten, der Betrieb ist liquidiert worden, seine Frau hat auch nicht mehr möglich, hat sich scheiden lassen, kann ich nachvollziehen, was sie auch dort durchgemacht hat mit ihm. Auf jeden Fall steht er bei mir im Büro, drei Jahre später, ist wieder einigermassen gesund, so gesund wie man sein kann, vor allem mit Medikamenten gesund, ist auf jeden Fall auch wieder urteilsfähig, steht dort und sagt zu mir, Herr Batschmann, können Sie mir helfen? Dann sage ich, ich habe ein grosses Netzwerk, ich kann Ihnen noch helfen, vielleicht irgendwo eine Stelle zu finden. Aber wer stellt mich überhaupt ein mit dieser Krankengeschichte, die ich habe? Hätte ich dann frühzeitig geschaut und frühzeitig alles geregelt, wäre wenigstens ein Reto-Kund, wenigstens wäre seine Firma noch da gewesen und hätte ich weitermachen können. Eben, mega krasse Geschichte, blöd gesagt, ein Papier, das fehlt, oder? Ja, sagen wir einfach. Gerade viele KMUs erlebe ich immer wieder. Ich habe letztens von so einem Netzwerk eine Informationsorbid gestalten. Die Resonanz gegenüber dem, was in Lenzburg oder auch üblicherweise war, war relativ klein. Wir sind selbst KMU und typisch KMU und man vergrabt sich in der eigenen Arbeit und schaut nicht über die Nasenspitze hinweg. Genau wie ja sehr viele Firmen auch nie daran denken, einmal eine saubere Nachfolgeplanung zu machen oder eine Notfallplanung. Man macht es einfach nicht. Wenn die Firma läuft, man kann Rechnungen schreiben, man mag mit der Arbeit nicht noch und denkt einfach zu wenig weiter. Weit, oder? Ja, und weisst du, wenn du zusammen kannst die nächsten Ferien buchen, oder? Und du vergleichst drei Eben lang und Hotels und Flüge vergleichen und was du alles machen kannst, und wo du noch den besseren Preis bekommst. Stattst du einfach mal hinschockst und die wichtigen Sachen regeln. Ja, es ist menschlich. Ich nehme mich von dem Ganzen auch nicht aus. Es ist wirklich menschlich, dass man solche Themen vor sich hin schiebt. Wir kitteln doch über Krankentode und Unfall und solche Sachen. Ja, haben wir auch. Mutter weiss genau, wenn sie verstirbt. Verbrennen, Aschen oder Erd zu verstreuen, Vater, keine Ahnung. Ja, also das erlebe ich sowieso. Je älter, dass die Leute desto weniger gerne reden über das Thema. Ja, aber einfach, ja, ich meine, nach den mehr Entscheidern ist das eigentlich auch eine Scheiss-Situation. Ja, man tut einfach die Verantwortung nicht wahrnehmen. Also das finde ich nicht die Ahnung. Ja, abgeben. Und das finde ich einfach so unfair, oder? Weil du dich derjenige willst stellen, gibst sie irgendjemandem ab, der für dich nach denen entscheiden soll. Und das ist doch einfach feig. Ich weiss es nicht. Es ist einfach, man will nicht an die Endlichkeit irgendwo an die eigene denken. Und ich meine, meine Einstellung ist da all klar. Ich meine, in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist unser Todesurteil gefällt. Und ich versuche das Beste daraus rauszumachen und versuche vor allem, für meine Frau und meine Söhne nicht irgendwo mal zur Belastung zu werden. Wir haben wieder mega viel gelernt und gehört. Eben die, die sie zum dritten Mal gehört haben und die ersten zwei Mal nicht umgesetzt haben. Jetzt wäre noch der Letzte weggerufen. Nachher nehmen wir uns aus der Verantwortung. Einige Frage, die ich neu eingebaut habe im Podcast, seit du das letzte Mal da war. Ich habe dich gar nicht vorgewarnt. Ich weiss gar nicht, wie du fragen. Aber, wir sind am Finanzpodcast drinnen. Wolltest du uns verraten, du musst nicht. Ähm, wie du persönlich dein Geld investieren würdest? Ähm, da würdest du am besten meiner Frau anrufen. Sie macht das. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, auch da bin ich jetzt wieder. Das ist meine Art. Ich habe in der Finanzbranche gearbeitet. Ich bin Finanzplaner. Ich war einer der ersten, der das eidgenössisch anerkannt war. Ich habe mich aber, seit ich mich jetzt eigentlich aus dem zurückgezogen habe, sogar privat aus dem zurückgezogen habe. Ja. Also, das Einzige, was für mich immer eigentlich wichtig war, wenn ich wieder einmal ein paar Rappen auf Eure gehabt habe, habe ich für mich Goldmünzen und Goldferienchen gekauft. Das ist das eine. Das ist sukzessiv einfach immer angewachsen. Ähm, ich bin auch einer, der… Also, du hast physisches Gold? Physisches, ja. Wie lagst du das? In einem Safe. In einem Safe? Ja. Okay. Ich finde die Thematik immer wieder mega spannend, weil, wenn Gold dann physisch… Nicht anderes, ja. Aber dann musst du dich auch wieder darum kümmern, oder? Also, weisst du, Bitcoin musst dich auch darum kümmern, aber dort ist es wesentlich einfacher, sage ich jetzt mal, als wenn du ein paar Goldmünzen und so weiter angesammelt hast. Ähm, finde ich spannende Thematik, wie wir das… Und du hast gewusst, dass, wenn du eben Gold nicht physisch haltest, sondern du kaufst irgendein ETF auf Gold, dass dort siebenmal mehr Gold gehandelt wird, als es überhaupt gibt, was wir überhaupt haben auf dieser Welt. Und dann musst du einfach sagen, ey, das ist so nur Papierscheissdreck, vergiss das, wenn unser Geld zusammenbricht, dass du irgendwo Gold hast, wenn sie wirklich bei dir zu Hause physisch im Tresor unter dem Kopfkissen hast, oder? Ja, und es macht auch irgendwo Spass. Man kann wieder einmal ein Goldfrenchen verschenken, oder weiss ich was. Äh, es tut nicht weh, wenn man immer wieder einmal ein Goldfrenchen oder einen Krüger rennt, oder weiss ich was kauft. Und, äh, ja, also, ich finde, es macht von dem her auch Spass. Es ist eigentlich das, was mich noch am meisten interessiert. Eben, und sonst habe ich mein Leben lang anlagemässig, habe ich wirklich die, ich bin nicht der Trader gewesen, äh, sondern buy and hold. Ja. Und Dividendenrenditen jahrelang nach dem auch geschaut und für mich wichtig, vor allem in Sachwerte investieren. Ja. Also, ich bin immer noch nicht überzeugt von Gold. Ich bleibe bei meinem digitalen Gold. Ist mir einiges lieber. Aber ich finde es immer mega spannend, weiss, wenn du die Leute noch fragst, ist, dass wir eher noch ein wenig reden können, wie du es selber. Weil es ist immer anders, als man es vielleicht erwarten würde, weil sie eben beruflich ganz etwas anderes machen. Äh, machen. Und, du wirst 60 Jahre hier sein oder nächstes Jahr? Ja, das ist ja Ende. Ich habe noch eine weile Zeit. Hast du noch ein bisschen Zeit? Hast du dir schon Gedanken gemacht, Pensionskassen, Kapital oder Rente? Ehrlich gesagt nein, noch nicht. Ja. Okay, gut. Lassen wir es ausstehen. Lassen wir es ausstehen. Hey, ich danke euch wieder für das Zuhören. Wirklich letzten Aufruf. Macht es endlich, wie ihr es macht. Schlussendlich egal. Es muss auch verheben vor einem Kesp, oder? Das ist das Wichtigste zum Vorsorgeauftrag. Aber kümmert euch darum. Und, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn euch diese Podcast-Folge etwas gebraucht hat, dann leiten sie doch an zwei Kolleginnen und Kollegen weiter. Dass sie mal reinhören. Und ihr möchtet dieser Person wirklich mega gefallen, weil ihr könnt sie auf ein mega, mega wichtiges Thema darauf aufmerksam machen. Und, äh, zum Schluss schickt mir mal ein Feedback, wie ich mich überhaupt so als Podcast-Host anstelle. Es würde mich wirklich mega Wunder nehmen, dass ich mich da auch verbessern dürfe. Ich wünsche euch noch eine gute Autofahrt, eine gute Trainingseinheit, oder was auch immer, dass ihr gerade während dem Podcast hört. Einen ganz schönen Tag und bis bald. Bis bald. Danke für das Zuhören auch.